Und damit seid gegrüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und England zu einem neuen Part, äh nein zu einem neuen Video, Paper.io, ein zwischendurch Dings, wenn man so will, ja heute mit Facecam, hi, ähm, ja hab ich mal, wollte ich mal ausprobieren, machen wir mal vor diesem wundervollen Hintergrund, eine Facecam Aufnahme, mal schauen wie es wird, ich hoffe, es sieht alles spitze aus, starten wir ins Spiel, ich hab mich schon als Zwergenflust eingetragen, spielen wir mal. Eine Runde, uh, Paper.io, irgendwie wird das gesteuert, ja, die Steuerung erstmal kapieren und dann schon, die Fighters natürlich, jup, das war ein kleines, ja, ja, das wir dann schon müssen, da bin ich der gelbe Zwergenflust, gelb, ja, passt, kann man eben ein weiteres KO-Spiel, was hier im Let's Play gespielt wird, zwischendurch, Let's Play, auf dem PC, jo, Oh, okay, dann versuchen wir mal, unser, Gebiet zu vergrößern, hier mal beim roten Reihen, nein, ach verdammt, 4,29%, ja, Paper.io, und, ja, komm, ja, Ich hab jetzt meine Facecam gar nicht im Blick, wie die aussieht, ja, den aber zerstört, bin ich gut zu sehen, ja, du müsst euch heute mal meine Adfrisse anschauen, ja, wollt ihr ja irgendwie, oder? Mal schauen, ich bin es nicht gewohnt, mit einem Webcam aufzunehmen, das war ganz Neues für mich, deshalb, ging es mir noch nicht übel, wenn ich da noch nicht so auf die Webcam konzentriert bin, und da, Fratzen für die Webcam schneide, ja, müsste ich mal öfters machen, dann gewöhnt man sich irgendwann dran, nein, da war ich zu unvorsichtig, hm, orange, ja, das ist cool, orange ist ne tolle Farbe, mag ich, gefällt mir, so, den haben wir zerstört, versuchen wir heute mal vielleicht ein bisschen weiter hoch zu kommen, als 4% der sich selbst zerstört, um ein bisschen mehr zu schaffen, vielleicht kommen wir ja sogar auf die Top 5, ja, ist nicht gleich alles wollen, ähm, bin schon auf Platz 3, oder was, äh, nee, kann man gar nicht sagen, Platz 1 ist 12,2%, ähm, ja, Platz 1 zu werden, wäre vielleicht ein, nein, das wäre vielleicht mein Ziel, als Bestes angezeigt zu werden, ja, mal schauen, ich glaube, da oben werde ich bei den anderen noch nicht angezeigt, ich bin noch sehr klein, in jeglicher Hinsicht, und, ja, ja, mich ging ganz krachen, wir können auch mal ein bisschen mutig sein, aber nicht zu mutig, da kommt der Schwarze, das holen wir uns natürlich zurück, so, unser Gebiet müssen wir natürlich verteidigen, na, so, hier noch ein bisschen Raum schaffen, den Schwarzen bekämpfen wir jetzt, oh, ich bin Erster, cool, ich hab die Krone, ich hab die König, cool, dann werde ich erst angezeigt, nice, das ist ein bisschen MLP, das können die anderen mich sehen, na, trau dich, komm rein, in mein Gebiet, trau dich, trau dich, komm rein, ich hab schon 9%, das Spielfelds, fangen wir mal den grünen Ergern, den Patty, wie der heißt, ja, Palt, Palti, oder, irgendwie so, der Schwarze heißt Niggles, High Niggles, High Palti, ich mach euch fertig, hoha, und ich mach mich selber fertig, der Schwarze greift an, Nächster ist mein Gebiet, 9,97%, kommen die 10% Klinger voll, 10%, Spielfelds, gleich 11%, da hätten wir, verdammt, hätten wir kriegen können, das war ziemlich, übermütig, hoch, da haben wir ihn, der Schwarze, na nee nicht, und der Zwerdenfürst, führt weiter, da kommt er wieder, nee, das ist ein anderer, ne, vorher nichts zu tun, Hey, 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 hey! Bin in meinem Feld weggegragen. Meine 11% wegholen. So nicht, mein Lieber. So nicht. Der war ehdicht, der Schwarze, da oben. Das war ein ganz mutig, der mit den weißen Auftonen. Ganz mutig. traust du dich was nein da wurde ich besiegt verdammt zehn prozent haben wir erst ein elf von oder wie ich bin sind aber ich war schon künftig braucht man hier wohl nicht viel ein könig zu werden da kommen also muss noch ein zweites mal noch ein könig werden und ich will nicht ja ich sollte mich singen verdammt du hast ja hauha was war denn das und ich will jetzt gleich ein bisschen künftig der löwen kommt ja auch demnächst mal aus selbst zerstört das war dumm ich habe ich einmal selbst umrundet könig der löwen da kommt ja demnächst 2019 demnächst 2019 ja auch ein neuer kino film raus eine real verfilmung da freue ich mich schon riesig drauf zerstört und wir wurden zerstört na komm wir müssen es noch hinkriegen zumindest einsatz weil es mal hoch zu kommen war okay noch mal zerstört die angst dass er mich zerstört ja da bin ich zu weit raus rot rot wie das blut und er geht aber gefährlich weit raus hat sich selbst zerstört hat die sind irgendwie ein bisschen ja gefährlich mutig ich bin gerade sehr gefährlich mutig hast du verfehlt da bin ich selbst zerstört mann ein bestes ergebnis war durch die elf prozent das war bisher mutig zumutig nicht gleich den könig enthalten na komm drei runden machen wir noch oder eine runde in der wir erfolgreich sind das video soll ja auch nicht zu lang gehen eine melone zerstört der zerstörer na mal sehen ob sich der zerstörer zerstören lässt der zerstörer lässt sich nicht zerstören zwergfrust der zerstörer jo da kommt die kleine wieder nix da vier prozent an den nistler melonenfeld das holen wir uns grün versus melonenfeld muster melonenmuster die muster sind immer toll warum habe ich noch nie so ein muster bekommen ach da brauchen wir auch schon ein skin für hm nasekratz du musst aufpassen ich habe facecam darf mich nicht zu sehr an der nase kratzen kopfkratz barzkratz huh das ist auch als netzplayer ein bisschen was neues muss man aufgelassen was man macht ja die nase juckt sorry muss jetzt nicht rausschneiden oder ich probel ja nicht hm was für gespräche gerade sensationelle gespräche gute themen regenbogenherzchen den skin muss ich mir holen und regenbogen nein die wievielte runde war das jetzt ich glaube die zweite eine kümmerung noch eine kümmerung noch hinten in die lila und violett ja gut hier haben wir noch hole das können wir irgendwann mal anders ausprobieren ja cool challenges gibt es hier auch noch ja müssen wir jetzt nicht ausprobieren skins und was haben wir denn hier no skin ach da muss man sich was freischalten treat about us da sieht man die orange tank und ladybug hart rainbow minion ok probieren wir es mal kann ich jetzt ja ich bin der regenbogen herzen regenbogen cool regenbogenfeld kann man das auch mal austesten zwängen fürst mit dem regenbogenherz genau ja alles klar na dann ich würde mal sagen ich würde mich nach oben so zu euch gefallen haben lasst er aber da wenn ihr neilfmal in klasse zählt und ja kein weiteres wie du mal mit den zwängen fürst verpassen wollt ansonsten habt ihr noch einen angenehmen für sich tag die habt euch wohl und haut da rein bis dann ciao sie haben wunderschöne glocken ja das sind die glocken meiner großmutter ha ja Untertitelung des ZDF, 2020